Jetzt schauen wir mal. Ich bin hier mit meinem Opa am Lkw um. Wie viel Uhr Opa? Um 9.45 Uhr vielleicht. 21.43 Uhr. Jetzt geht es wieder. Lassen wir einen Laufen schön und dann ist gut. Der Gummi war echt angefohren. Das ist Wahnsinn. Aber da müssen wir durch Opa. Ja, wenn man das nicht tut, dann geht es nicht. Nein, das stimmt. Das ist aber, weil ich das halte geteilt habe. Ja, wenn das ist, dann muss man vorsichtig sein. Das war schon mal. Ja. Und Opa, wie lange soll man ihn jetzt laufen lassen? Eine Stunde. Eine Stunde? Machen wir. Jawohl. So. Also. Das hält er durch, ja. Ist ja schön warm dann. Dieselmaschine. Dann geht es dem Lkw gut.